Hallo YouTube und alle, die es werden wollen, ich grüße euch heute aus Nizza, Frankreich. Wir haben heute hier unser Revan-Spiel gegen Frankreich. Im Dezember, ihr erinnert euch, gab es ja ein Spiel, da war Frankreich bei uns in Deutschland im HCC. Und heute sind wir in Nizza und wir spielen hier mal den Chord. Der Chord hier ist aus Parkett, also so einer Art Parkettboden, auf jeden Fall ein Hartplatz und kein Teppich, wie wir es im HCC haben. Die Spieler sind die gleichen. Es wird ein Match geben zwischen Vanessa und Christiane und ein Match geben gegen Jean, Philipp und Robert, also mir selber. Die Matches werden so aufgebaut werden, dass wir mehrere Sätze spielen. Es wird bis 10 gespielt im Champions-Timebreak und es müssen zwei Sätze gewonnen werden, damit man tatsächlich endgültig gewonnen hat. Sollte man nur einen Satz gewonnen haben, wird es automatisch einen dritten Satz geben und das wird dann ein super Champions-Timebreak werden. Bis 12. Ja, es ist auch noch ein gemischtes Doppelangedacht heute, aber wie weit wir von der Zeit herkommen, das wissen wir noch nicht. Das schauen wir dann einfach mal. Okay, wie immer, habt Spaß, habt Fun und drückt uns die Daumen. Also, bis später. Ja, bis später. Ja, bis später. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Yes. Okay. 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 One. Ready? Yes. Great. Great. Yes. Great. Great. Alright. Ready? Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ja! 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 Oke! Eine Karteb roller? Wie sollte sie stehen? Ja! Eben Deine Okay. ja 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 Ready? Yes! Play! Yeah! Oh! Aller! Yes! Allez ça, allez ça, c'est... 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Komm her, komm her, komm her. 10, 10, 10, 11, Ready? Yes. Ready? Das geht zu den Übungen. So. Ja. So. So. Ready. Let's play it. Oh. Wow. So. So. Ready. Let's play it. Oh. Ready. 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 I should try it. I should try it. To do the to. Ready. To do face. Follow. To, for a second. Did you do and take One Man GO box? Go. Can I take One Man Go? Take One Man Go challenge, Wir haben einen Moment. Wir haben einen Moment. Wir sind bereit? Ja. Nein. Woha! 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 embarrassed. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Okay. Okay. Yeah. 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 3 Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Ja, also, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und über ein kleines Like würde ich mich natürlich auch freuen. Haut rein, Kids. Boys and Girls. Und Männer und Women. Also, ciao.